hallo ihr lieben also wir sind am ende nach 17 stunden das war also eine marathon geburt 17 stunden und dann war tatsächlich eine pause zwischen den dritten und den vierten mit acht stunden und hier sind die vier racker also zwei rüten zwei hündinnen und nach viel bangen und schwierigen entscheidungen haben wir alles richtig gemacht letztendlich wir haben keinen die als gebraucht keine klinik wir waren immer in kontakt mit denen und haben alles durchstanden alles ist gut die eiler ist wohl auf holt sich erholt sich jetzt von der geburt und das sind sie schaut her genau das sind sie also wenn ihr wollt lassen abo da kriegt sie immer wieder bescheid wenn ich ein neues video rein stelle und bedanke mich für die ganzen feedbacks von euch für die super kommentare für die likes und ja bin ganz froh jetzt dass das alles so ein gutes ende genommen hat viel spaß beim gucken bis demnächst euer markus das ist sehr lebendig die kleinen das jetzt wohl auf alle normales gewicht saugen alle an der mama alles passt